Sonntagmorgen, Engel der Erde, Engel des Erdbodens Ich betrete den ewigen und unendlichen Garten, mein Geist in Einheit mit dem himmlischen Vater, mein Körper in Einheit mit der irdischen Mutter, mein Herz in Harmonie mit meinen Brüdern und den Söhnen und Töchtern der Menschen. Und ich widme meinen Geist, meinen Körper und mein Herz der heiligen, reinen und rettenden Lehre. Engel der Erde, mache meinen Samen fruchtbar und gib meinem Körper Leben. Wir rufen die überreiche Erde an, die Gesundheit und Glück besitzt und mächtiger ist als alle ihre Kreaturen. Diese weite Welt loben wir, mit ihren weiten Pfaden, die produktive, ertragreiche, deine Mutter, die heilige Pflanze. Wir preisen das Land, in dem sie wächst, süßduftend, den guten Samen der irdischen Mutter schnell verbreitend. Wir preisen den Guten, den Starken, den wohltätigen Engel der Erde, der sich über den Tau des Himmels die Üppigkeit der Erde und die reichliche Ernte von Getreide und Trauben freut. Wir preisen die hohen Berge, die reich an Weiden und Gewässern sind, auf denen die vielen Bäche und Flüsse fließen. Wir preisen die heiligen Pflanzen des Engels der Erde, die vom Boden heraufwachsen, um Tiere und Menschen zu ernähren, um die Kinder des Lichts zu ernähren. Die Erde ist die starke und heilige Bewahrerin, die Versorgerin. Wir preisen die Stärke und die Kraft der mächtigen Bewahrerin der Erde, die vom himmlischen Vater geschaffen wurde. Wir preisen die Heiler der Erde, die die Geheimnisse der Kräuter und Pflanzen kennen. Den Heilern hat der Engel der Erde ihr uraltes Wissen offenbart. Der Herr hat Medikamente aus der Erde geschaffen und der, der weise ist, wird sie benutzen. Wurde das Wasser nicht mit Holz süß gemacht, damit seine Tugend erkannt werden könnte? Und einigen Brüdern hat er die Fähigkeit gegeben, das Gesetz zu ehren und zu erfüllen. Mit solchen Pflanzen heilen sie die Menschen und lindern ihre Schmerzen und von ihren Werken gibt es kein Ende. Und durch sie ist Frieden auf der ganzen Erde. Deswegen lasst diesen Heilern ihren Platz und ehrt sie, denn der himmlische Vater hat sie geschaffen. Lasst sie nicht von euch gehen, denn ihr braucht sie. Wir preisen die Bebauer der Böden, die im Garten der Bruderschaft zusammenarbeiten, auf den Feldern, die der Herr gesegnet hat. Wer die Erde mit seiner linken und rechten Hand bebaut, dem wird sie viel Obst, gesunde Grünpflanzen und goldenes Korn bringen. Wenn die ganze Erde ein Garten sein wird, dann wird die ganze körperliche Welt frei werden, vom Alter und vom Tod, von Korruption und Fäulnis, für immer und für ewig. Barmherzigkeit und Wahrheit werden aufeinandertreffen, Gerechtigkeit und Frieden sollen sich küssen, die Wahrheit wird aus der Erde entspringen und die Herrlichkeit wird in unserem Land wohnen. Und als Jeschua mit seinen Jüngern zum Abendessen saß, sagte einer von ihnen zu ihm, Heiliger Herr, ich weiß, was du sagtest, dass du uns dein Fleisch zu essen und dein Blut zu trinken geben willst, aber für viele ist es schwer zu verstehen. Sage uns, Herr, mehr davon, damit wir alle verstehen können. Und Jeschua, der auf sie schaute und ihren bescheidenen und reuevollen Geist kannte, sagte zu ihnen, die Worte, die ich zuvor zu euch gesprochen habe, sind Geist und sie sind Leben. Aber für den unwissenden und fleischlich gesinnten Menschen klingt es nach Blutvergießen und Tod. Aber ich sage euch, gesegnet sind die, die ihre wahre Bedeutung verstehen. Siehe, ich werde es euch erklären, damit ihr es versteht, ihr kennt das Getreide, das zur Reife aufsteigt und geerntet wird, dann in der Mühle gemahlen und mit Feuer zu Brot gebacken wird. Daraus ist mein Körper gemacht, den ihr in dieser Nacht seht. Und ihr kennt auch die Trauben, die am Weinstock zur Reife wachsen und in der Kälterpresse gerieben und zerdrückt werden und so die Frucht des Weinstocks ergeben. Aus dieser Frucht des Weinstocks und dem Wasser ist mein Blut gemacht. Denn eure eigenen Augen zeugen von mir, dass der Menschensohn nur von den Früchten der Bäume und den Samen der Pflanzen ist und diese durch den Geist in mein Fleisch und mein Blut verwandelt werden. Von diesen allein und ihresgleichen sollt auch ihr essen, denn wer an mich glaubt, diese sind meine wahren Jünger, denn von diesen einfachen Nahrungsmitteln im Geist kommen Leben und Gesundheit und jede Art von Heilung für den Menschen. Wie in den Naturgesetzen der Natur, so sollen auch in den geistigen Gesetzen des Allvaters meine Lehre, die Speise sein und mein Leben der Trank für euch sein, das Brot des Lebens und der Weinstock der Erlösung. Denn wie in der Natur das Korn und die Traube in mein Fleisch und Blut umgewandelt werden, so muss dein natürlicher Geist in einen spirituellen Geist umgewandelt werden. Denn ich sage euch wahrlich, am Anfang haben alle Geschöpfe Gottes ihre Nahrung nur in den Kräutern und Früchten der Erde gefunden, aber der Böse, der Satan, brachte viele von dem ab, was Gott ihnen zur Nahrung gegeben hatte, hin zu dem, was ihrer ursprünglichen Nahrung widersprach. Denn den Verzehr von Fleisch und Blut von Tieren und Menschen brachte Satan, der Gott dieser Welt, dem Menschen und dem Tier gleichermaßen. Denn ich sage euch, Satan hat nicht nur den Menschen dazu angehalten, Mensch und Tier gleichermaßen zu essen, sondern auch die Tiere. Aber auch die Tiere werden zu ihrer natürlichen Nahrung zurückkehren, wie es in den Propheten geschrieben steht und wahrlich, ihre Worte werden nicht versagen. Seid also nicht wie die Unwissenden ohne Gottes Gesetz, denn sie glauben, dass nur Blut sie von ihren Sünden reinwaschen kann, nämlich, wenn sie das Fleisch ihrer unschuldigen Opfer essen. Aber solche sind von ihrem Vater, dem Satan, und sehnen sich nicht nach der Wahrheit meiner Gebote. Wisst ihr nun, was ich zu euch sagte? Haltet meine Gebote und seid menschlich und lebt ein rechtschaffenes Leben, und ihr werdet glücklich und gesund in diesem Leben und in dem Leben sein, was kommen wird? Wundert euch daher nicht, dass ich zu euch sagte, wenn ihr nicht das Fleisch Gottes esst und das Blut Gottes trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Denn es heißt, die Sanftmütigen und die Demütigen werden die Erde erben und alle, die nach dem humanen Leben suchen, in Einheit mit allen Geschöpfen Gottes. Denn ich bin das heilige Gesetz, das vom Himmel herabkommt, und jeder, der von meinem Tisch ist und gehorcht, ist von meinem Körper das Brot des Lebens. Und wer von meinem Blut trinkt, trinkt die Flüsse und Ströme reinigenden Wassers und wird den Tod nicht schmecken. Denn ich bin das Gesetz, das Leben und der Weg und gebe den rechtschaffenen Söhnen der Menschen ewiges Leben. Und die Jünger verstanden nun die Bedeutung der Worte von Jeschua und sprachen zu ihm, Heiliger Herr, wir verstehen es jetzt. Gib uns immer von diesem Brot zu essen und von diesem Kelch zu trinken, denn deine Wahrheiten sind uns Speise und Trank und durch deine Substanz können wir für immer leben, wie du es versprochen hast. Sehe ein Feld vor dir, es ist gepflügt, geeckt, vorbereitet für die Saat. Sehe, wie ein Bauer Korn aussät, die Saat sprießt, genährt durch die heilige Kraft im Nährboden der Erde. Sehe, wie das Korn wächst, sehr grüne Wogen, goldene Wogen, den Samen für die nächste Saat in ihrer Krone tragend. Kannst du erkennen, welche Herrlichkeit mit jeder Frucht, die wir essen, in unseren Körper eingeht? Ist es im Inneren genauso wie im Äußeren? Muss der Boden vorbereitet sein, damit diese heilige Kraft in Zusammenarbeit mit den anderen Himmelsboten der Erdenmutter und des Himmelsvaters wirksam werden und uns zu innerem Wachstum verhelfen kann? Wir sind zwar nicht der Seemann, denn die Saat des Guten, des Göttlichen ist bereits in uns, doch wir haben darauf zu achten, ob wir diese heilige Saat mit unseren Gedanken und Taten bewässern, oder ob wir Unkraut aussehen und pflegen und dadurch diese heilige Kraft missbrauchen. Engel der Erde, belebe den in mir ruhenden Samen, damit er Früchte hervorbringen und alles Gute und Göttliche in mir offenbaren kann. Ströme in meine Geschlechtsorgane und belebe meinen Körper neu. Nicht um triebhafte Sexualität zu leben, sondern um die Sexualkraft zu sublimieren und sie zum Feuer von erneuerndem geistigen Leben werden zu lassen. Gib meinem Körper, meinem Geist Leben. So wie euer Same neues Leben schafft, so durchfließt der Samen des Engels der Erde die ganze Erde, im Gras, im Boden, in allem, was aus dem Boden wächst. Wisset, o Söhne des Lichts, dass derselbe Engel der Erde, der deinen Samen zu Söhnen und Töchtern macht, auch die winzige Eichel zu dieser mächtigen Eiche macht und den samenhaltigen Weizen zum Brot für die Menschensöhne heranwachsen lässt. Und der Samen deines Körpers braucht nicht den Körper der Frau betreten, um Leben zu schaffen, denn die Kraft des Engels der Erde kann auch das Leben des Geistes im Inneren des Körpers schaffen, wie auch das Leben des Körpers außerhalb. Der ewige und unendliche Garten des Wunders ist nicht nur um uns auf den Wiesen und Feldern, sondern auch in uns und beide müssen bewässert und gepflegt werden, das heißt, dass Unkraut sowie die schlechten Gedanken, die zu schlechten Worten und Taten werden, müssen an der Wurzel ausgerissen und die guten Samen sowie unsere guten Gedanken, die zu guten Worten und Taten werden, müssen bewässert werden, damit sie mehr und mehr Frucht bringen können. So wie die Früchte der guten Pflanzen des äußeren Gartens physisches Leben bringen, so bringen die Früchte der guten Pflanzen des inneren Gartens ewiges Leben. Die Kraft des Engels der Erde birgt das Geheimnis des Lebens in sich, um die Samen der Erdenmutter, all die Pflanzen und Bäume, aber auch den menschlichen Samen in Zusammenarbeit mit den anderen Kräften der Erdenmutter und des Himmelsvaters, zum physischen, aber auch geistigen Leben zu erwecken, damit sie Früchte bringen können, die wiederum zu neuen physischen und geistigem Leben führen, sowohl in uns selbst, aber auch mit unserer Hilfe in anderen Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020